Was geht ab, Leute? Ich bin NeudeLeadGames hier und willkommen zu einer brandneuen Wochenvorschau. Die nächsten Wochen werden wirklich prall gefüllt sein mit den neuesten Spielen und ich freue mich da wirklich schon extrem drauf. Wir haben diese Woche Nioh, wir haben nächste Woche Sniper Elite 4, For Honor und natürlich Horizon Zero Dawn, worauf ich mich schon richtig freue, von den Machern von Killzone. Und noch eine Kleinigkeit an Brande, ich habe die letzten Wochen von euch viele Anfragen für T-Shirts bekommen und ich habe da definitiv Bock drauf. Wenn ihr auch Bock auf T-Shirts habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich werde ein kleines Projekt starten. Ich habe da so ein paar Designs am Laufen, die noch gefinisht werden müssen, sage ich mal, die noch ein bisschen bearbeitet werden müssen. Das sollte relativ toll sein, halt nicht nur, wo draufsteht NeudeLeadGames oder so, sondern richtig coole Designs. Also wenn ihr Bock darauf habt, lasst es mich ruhig in den Kommentaren wissen und ich werde auf jeden Fall was starten. Ansonsten machen wir weiter. Sollte wirklich spektakulär werden, wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, die letzte Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und Resident Evil neigt sich nämlich so langsam, aber sicher doch dem Ende zu. Denn das große Hauptspiel haben wir jetzt schon beendet und mein Fazit bleibt wirklich dabei. Es ist fantastisch. Es ist so gut. Oh mein Gott, die haben sich da wirklich super viel Mühe gegeben. Auch das Ganze mit der Familie Baker, die haben es wirklich sehr gruselig gestaltet. Was ich wirklich sehr, 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 sehr geil finde. Aber reden wir über das DLC, Verbotenes Filmmaterial 1. Am 21. Februar kommt noch Verbotenes Filmmaterial 2 raus. Und das DLC hat es definitiv in sich. Eine Episode davon kostet sage und schreibe 9,99 Euro. Und ob es es dann wirklich lohnt für jeden, das muss sich wirklich jeder selber für sich entscheiden. Für mich persönlich kann ich sagen, ich habe es euch gerne gezeigt, auf jeden Fall. Denn dieser Albtraummodus, der war echt nicht schlecht. Das ist genauso wie Left 4 Dead. Die Gegner kommen immer in Wellen auf euch zu. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte teilweise wirklich mehr Panik, weil die Viecher nonstop von jeder Seite gekommen sind. Und ich hatte wirklich teilweise mehr Panik, als im Hauptspiel. Und das war wirklich krass. Man denkt so, oh Gott, was kaufe ich jetzt? Kaufe ich lieber Munition? Gehe ich lieber durch diese Tür? Und ich hätte mich vielleicht ein bisschen für diese Tür entscheiden sollen. Denn dahinter war, glaube ich, noch so ein Metallding, was mir auf jeden Fall noch ein paar Teile macht. Damit ich mir mehr Sachen kaufen kann und länger überleben könnte. Ich habe sogar ganz knapp überlebt. Hatte nur noch zwei Schüsse. Ich habe gerade so diesen fetten Kotzer gekillt. Und kam mir die nächste Runde. Aber dann ist mir doch leider die Munition ausgegangen. Und so kann man wirklich Welle für Welle für Welle spielen. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen. Auch der Modus Ethan Must Die, da sitze ich ja immer noch dran. Mache aber verdammt große Fortschritte. Verdammt große. Ich bin jetzt sogar schon aus dem Wohnzimmer heraus und habe den Schlüssel. Und ich hätte es sogar geschafft, wenn mir nicht sogar so ein bisschen die Munition gefiltert hätte. Aber nur so ein bisschen. Dann sagen wir ehrlich, ich hatte wirklich gar nichts mehr. Das war wirklich total scheiße. Das war das Weiteste, was ich je gekommen bin in dem Modus. Der hat es wirklich in sich. Ihr kriegt gerade mal zwei Schläge. Heilung bringt fast gar nichts. Ihr könnt euch heilen. Das bringt euch gerade mal so über den Tod hinweg. Denn ihr werdet da sowieso verreckt. Alles ist zufällig. Heißt, die Kisten sind zufällig. Da kann eine Zeitbrumme drin sein. Und einen kleinen Trick habe ich herausgefunden. Wenn man an die Kisten geht, kann man sogar hören, dass da eine Zeitbrumme drin ist. Das heißt, man muss nicht hinrennen. Direkt auf die Kiste draufschlagen. Das kann man komplett knicken. Einfach kurz hingehen, hören. Und dann kann man die Kiste aufmachen. Kisten sind nummeriert mit Sternen. Man hat von 1 bis 4 ist alles dabei. Schön mit Zeitbomben. Bei der 4 ist meistens immer was Geiles dabei. Das ist so eine große Truhe, wo dann halt ein Granatwerfer drin ist. Oder irgendwas, was euch richtig voranbringt. Manchmal habt ihr sogar Schuhe drin, womit ihr ein bisschen schneller lauft. Oder so eine Rolle. Da könnt ihr euch besser damit verteidigen. Das macht schon wirklich sehr viel Spaß. Der Modus ist knacke, kack, schwer, sage ich mal. Der ist super schwer. Ihr müsst euch Munition einteilen und ihr müsst genau einen Weg gehen. Der Weg ist quasi, ich will nicht sagen, für jeden vorgesehen. Aber man muss doch wirklich sich für einen Weg entscheiden, damit man wirklich da bestehen kann. Und Munition ist rar. Richtig rar. Das heißt, man muss so viel konservieren wie nur möglich. Das ist wirklich sehr wichtig, damit man noch den Endkampf bestehen kann gegen Margarine. Meine Hiesti. Und ja, es ist wirklich sauschwer. Es ist wirklich schwer. Ich habe mich da richtig abgequält und ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Aber ich arbeite dran. Ich möchte noch ein paar Versuche starten. Und das sah definitiv vielversprechend aus. Ja, das Hauptspiel von Resident Evil ist jetzt durch. Wir haben es komplett geklärt. Hat eine Menge Spaß gemacht auf jeden Fall. Da bleibt mir wirklich nicht groß zu sagen. Ich habe letzte Woche schon ganz viel darüber gesprochen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr. Ich werde auf jeden Fall noch das zweite DLC spielen. Verbotenes Filmmaterial 2. Wo wir die Baker-Familie ein bisschen kennenlernen. Wo wir so ein krankes Spiel mit Lucas über Körperteile spielen, meine ich. Sollte wirklich geil werden. Also seid auf jeden Fall dabei. Aber reden wir jetzt auch noch ein bisschen über Ghost Recon Wildlands. Ich habe leider keinen Beta-Key bekommen. Aber ein netter Zuschauer von euch hat mir einen geschickt. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Und ich muss sagen, das Spiel ist relativ durchwachsen. Ich kann sehen, dass es Spaß macht, wenn man zusammen mit jemandem spielt. Auf jeden Fall. Da kann man sich so ein bisschen absprechen. Aber es ist doch wirklich sehr durchwachsen. Steuerung ist sehr hakelig. Die Fahrphysik ist ein bisschen wackelig. Grafisch überzeugt das Ganze nicht so. Auf dem PC sieht es Bombe aus. Da habe ich ein bisschen Gameplay von gesehen. Konsolen hängen da so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Vom Gameplay her tut sich da bei beiden Versionen natürlich nichts. Ist ja ganz klar. Dennoch muss ich sagen, ist ein bisschen verbesserungswürdig. Aber nicht in dem Sinne, dass das Gameplay schlecht wäre. Sondern es braucht ein bisschen... Ja, so ein bisschen poliert muss das Ganze noch werden. So die Steuerung so ein bisschen enthackeln, sage ich mal. Das muss sich ein bisschen flüssiger, ein bisschen intuitiver anführen, falls das in der gibt. Also überzeugt hat es mich beim ersten Spiel nicht. Ich werde es mir aber dennoch angucken, denn ich möchte mir auf jeden Fall eine Meinung von dem Spiel bilden. Und ich fand die Teile eigentlich davor auch nicht schlecht. Ich meine, wir hatten... Lass mich mal überlegen, das ist schon eine lange Zeit her. Ich meine, wir hatten Ghost Recon 2012. Ich weiß nicht, ob der Teil sogar Future Soldier hieß. Ich glaube aber nicht. Der Teil, da kann ich mich kaum dran erinnern, auch relativ durchwachsen. Die Ghost Recon Spiele sind eigentlich nicht schlecht gewesen. Nur, da fehlt einfach dieser gewisse Polish einfach. Und den vermisse ich doch hier ganz stark, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf mehr. Sollte definitiv richtig, richtig cool werden. Reden wir direkt über die neuen Spiele, die diese Woche erscheinen, beziehungsweise nächste Woche. Wir haben Nioh am Start. Und das ist so eine Art Dark Souls Klon, sage ich mal. Aber ich finde, das Spiel, da steht auch wirklich alleine sehr gut da. Denn es hat zwar wirklich sehr viele Dark Souls Einflüsse, kann aber alleine genauso bestehen. Natürlich ist das komplett wichtig, dass man hier seine Heilung optimal verteilt. Das heißt, nicht alles sofort auf einmal schluckt. Man hat verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Stellungen im Kampf. Man kann sich irgendwie anders hinstellen. Das heißt, ihr könnt euch offensiv aufstellen, ihr könnt euch defensiv aufstellen. Und das hat dann zur Folge, dass ihr offensiv zwar mehr Schaden macht, in der Defensive aber weniger einsteckt. Und dann genau andersrum. Und dann habt ihr natürlich auch noch so einen mittleren Stand halt, wo ihr halt gute Offensive habt. Aber dann genauso gute Defensive. Und das sieht wirklich vielversprechend aus. Das sieht wirklich spaßig aus. Und ich bin gespannt, was es auf jeden Fall noch geben wird. Nioh ist im alten Japan angesiedelt. Und es geht um einen, wie soll ich sagen, um einen westlichen Krieger, der sich den Samurai angeschlossen hat, würde ich mal sagen. Das hat auch einen realen Hintergrund, habe ich gelesen. Und das sieht genial aus. Das sieht wirklich interessant aus. Dieses Setting gefällt mir wirklich sehr gut. Schon seit ich klein bin, dieses ganze japanische mittelalterliche Samurai-Flair ist schon wirklich, wirklich geil. Und es sieht wirklich schwer und brutal aus. Ich bin gespannt, was es auf jeden Fall da geben wird. Ich denke, es wird genauso schwer sein, wie Dark Souls heißt. Wenn man nicht richtig aufpasst, nicht richtig die Bewegung der Gegner kennt, dann wird das kacke schwer. Und das muss man studieren. Das wird schwer. Aber ich will mich dieser Herausforderung stellen. Ich freue mich da schon richtig drauf und kann es kaum erwarten, dass es am Mittwoch endlich losgeht. Also unbedingt dabei sein. Nioh wird definitiv ein Kracher werden. Ich werde mich aufregen. Definitiv. Werde keinen Controller schmeißen. Vielleicht doch. Aber das ist eigentlich nicht, der ich bin. Aber es sieht vielversprechend aus. Wirklich. Ich habe nicht so viel von dem Spiel geguckt. Ich möchte mich selber nicht spoilern. Alles, was ich natürlich sagen kann und was viele auch von euch wissen, ist, dass es Dark Souls wirklich sehr ähnlich sieht. Meiner Meinung nach steht es aber, ich will nicht sagen, mehr heraus. Es ist halt ein komplett anderes Setting. Das kann man null mit Dark Souls vergleichen. Aber halt vom Spielprinzip, vom Gameplay her, ist es wirklich ähnlich. Also seid auf jeden Fall dabei. Mittwoch geht's los. Ich habe schon richtig Bock da drauf. Also wir geben auf jeden Fall Gas. Sollte genial werden. Reden wir über das nächste Spiel. Sniper Elite 4. Und ja, ich habe Gameplay gesehen. Und das Gameplay unterscheidet sich wirklich fast gar nicht vom dritten Teil. Die haben wirklich alles übernommen aus dem dritten Teil. Ich weiß nicht, wie viel Neues die eingefügt haben. Denn was ich da an Gameplay gesehen habe, war wirklich sehr stark der dritte Teil. Einfach nur als ob das 3.5 wäre. All die Mechaniken aus dem dritten Teil funktionieren noch. Die Grafik haben die kaum aufpoliert. Ich glaube sogar gar nicht, wenn ich ehrlich bin, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, man hat immer noch diese typischen Sachen, die wir damals auch gemacht haben. Wie zum Beispiel, mach einen Generator kaputt. Und wenn er ein bisschen Klack-Klack macht, dann schießt und überdeckt so mit dem Sound eurer Sniper. Klar, das funktioniert. Das ist schön. Ich hätte mir aber ein bisschen was Neueres gewünscht. Und da muss ich natürlich auch auf Sniper Ghost Warrior zu sprechen kommen. Diesen Teil habe ich vor knapp vier Jahren gespielt. Einer meiner allerersten Let's Plays auf diesem Kanal. Na gut, vielleicht ein, sagen wir mal, vielleicht das zehnte, elfte, zwölfte Let's Play auf meinem Kanal. Und es war wirklich sehr linear. Sehr linear. Und im neuen Teil haben die sich wirklich Mühe gegeben und haben die Welt ein bisschen offener gestaltet. Heißt, ihr habt viel mehr Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Ihr könnt wie Rambo reinstürmen, ihr könnt genauso gut schleichen. Das funktioniert natürlich jetzt auch. Und das Gleiche hätte ich mir so ein bisschen für Sniper Elite gewünscht. Klar, will man nicht so ein bisschen vom Gameplay weg. Denn warum soll man etwas reparieren, was überhaupt nicht kaputt ist, was genauso gut funktioniert. Und es kann eine Menge, Menge Spaß machen. Dennoch hätte ich mir vielleicht ein bisschen, bisschen was Neues gewünscht. Aber hey, vielleicht ist da noch was drin, was ich nicht weiß, was ihr vielleicht wisst. Und wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall mal an. So viel dazu auf jeden Fall. Reden wir direkt über das nächste Spiel. Das kommt heute Schlag auf Schlag. Denn wir reden nicht weiter über Resident Evil. Das haben wir so relativ abgehakt. For Honor ist jetzt dran. Und ich habe die Closed Beta gespielt. Ich habe die Alpha gespielt und was nicht alles da ist. Ich wurde glücklicherweise immer von Ubisoft eingeladen. Man konnte sich natürlich registrieren. Und konnte mir definitiv ein Bild machen von dem Spiel. Wollte es auch ein bisschen streamen. Hat leider nicht ganz geklappt. Finde ich ein bisschen schade. Aber kann man leider nichts machen. Aber For Honor sieht wirklich genial aus. Und da muss ich Ubisoft ja loben. Trotz, dass die immer relativ verarschen, sage ich mal. Ich sage es einfach, wie es ist. Mit der Grafik. Denn die preisen immer eine Grafik an in den Trailern. Die wir hinterher gar nicht bekommen. Ist aber nicht so wild. Denn es ist garantiert nicht so wie Watch Dogs 2. Das kann man einfach mal hier hinlegen. Und For Honor. For Honor ist wirklich toll. Gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Spiel, was wirklich einfach zu spielen ist. Aber hart ist wirklich gut zu spielen. Das Kampfsystem ist wirklich leicht. Geht aber wirklich sehr tief. Und wenn man das wirklich meistern kann. Kann man in dem Spiel so dermaßen dominieren. Und das macht richtig Spaß. Ihr könnt als Samurai spielen. Ihr könnt als Wikinger spielen. Ihr könnt als Ritter spielen. Und die haben dann nochmal verschiedene Charaktere unterteilt. Jeder hat eine andere Waffe. Zum Beispiel manche haben vielleicht einen langen Speer oder ein langes Schwert. Der eine hat eine Axt, eine große. Der andere hat zwei in der Hand. Und das sorgt für relativ viel Abwechslung. Ihr kämpft dann auch über Punkte. Ob es andere Spielmodi geben wird, weiß ich nicht. Maps habe ich natürlich auch noch nicht so viele gesehen. Über einen Einzelspieler-Modus weiß ich bisher auch noch nicht Bescheid. Was ich aber bisher gesehen habe, sah wirklich vielversprechend aus. Wirklich toll. Grafisch auch toll auf dem PC. Und das Gameplay hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das mit dem Decken hin und her. Parieren, wegschubsen. Das war wirklich toll. Und dann die finalen Finisher. Wo man einen so richtig hinrichten kann. Die Moves, die sehen unglaublich aus. Man kann den Kopf abschlagen. Und das Blutspritzt wirklich überall hin. Die Begeisterung pur in dem Moment. Es ist wirklich toll. Weil wir halt in diesem Spiel zu dominieren können. Und da muss ich Ubisoft dann auch wieder loben. Denn was Gameplay angeht. Und was vor allen Dingen neue Spiele angeht. Da geht Ubisoft oft neue Wege. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die sind wirklich nicht umsonst so dominierend im Konsolenmarkt. Muss man ganz ehrlich sagen. Denn die bringen wirklich immer was Frisches. Und die versuchen wirklich was Neues zu bringen. Nicht in allen Punkten. Da kann man sofort widersprechen. Aber es kommen doch vereinzelt geile Spiele raus. Muss ich wirklich sagen. Da gibt Ubisoft sich wirklich sehr viel Mühe. Und ich freue mich wirklich sehr auf For Honor. Kann man nicht anders sagen. For Honor wird toll. Wirklich toll. Und ich hoffe ihr seid dabei. Nächste Woche geht's los. Ich weiß noch nicht für welche Version ich mich entscheiden werde. Kann sein, dass ich die PC Version spiele. Kann aber auch sein, dass ich mich für die PC Version doch entscheide. Würde man auf jeden Fall sehen. Mal gucken auf jeden Fall. Okay. Nächste Spiel. Das letzte Spiel worüber wir heute noch sprechen werden ist Horizon Zero Dawn. Und das verfolge ich schon seit einer relativ langen Zeit. Ihr spielt diese Frau Eloy meine ich heißt sie. Und ihr habt verschiedene Waffen zur Auswahl. Verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl. Aber das Setting ist auch wirklich ganz interessant von diesem Spiel. Denn das ist so, ja wie soll ich sagen, nicht Mittelalter trifft es vielleicht nicht. Aber so Steinzeit mäßig gehalten. Das heißt man hat so Steinzeit mäßige Sachen, die kombiniert sind mit Hightech. Kämpft auch dann gegen diese Hightech Viecher. Und das sieht wirklich toll aus. Und anstatt ein neues Killzone zu machen, hat sich Guerilla Games einfach gedacht. Hey, wir machen Horizon Zero Dawn. Was völlig neu ist. Und es sieht gut aus. Wir können sammeln. Wir können die Monster erledigen. Wir können verschiedene Waffenfähigkeiten benutzen in dem Spiel. Sieht wirklich fantastisch aus. Grafisch macht es wirklich her. Habt ihr einen HDR Fernseher. Die sind natürlich jetzt ganz groß im Kommen. Dann könnt ihr auch wirklich sehr tolles Gameplay auf eurer PS4 erleben. Und auch ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe mir nicht die Collectors Edition vorbestellt. Nur die ganz normale Version. Aber eins kann ich vorweg sagen. Die Tekken 7 Collectors Edition habe ich mir gekauft. Obwohl es immer die gleiche Scheiße ist. Ich habe es mir gekauft. Ich finde diese Statue saukool. Und die werde ich auf meinem PC stellen. Ich habe so ein PC im Mini-Format. Kann ich gegebenenfalls nochmal zeigen, wenn ihr Bock darauf habt. Und sollte wirklich, wirklich cool sein. Ja, Horizon Zero Dawn. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und es kommen noch viele, viele mehr Sachen dieses Jahr. Wir haben zum Beispiel noch, ich hoffe, dass es dieses Jahr rauskommt. South Park Fractured But Whole. Dieses tolle Wortspiel. Auch wirklich sehr geil. Die Stick of Truth war schon super, super geil. Natürlich indiziert in Deutschland. Mit den ganzen Hakenkreuzen und weiß nicht alles. Ist ein bisschen schade. Aber so ist halt unsere Geschichte. Kann man nichts machen. Macht dem Gameplay aber auch wirklich nichts aus. Hat eine Menge Spaß gemacht. Da freue ich mich auch drauf. Also 2017 sollte wirklich ein geniales Gaming-Jahr werden. Okay, jetzt seid ihr wirklich auf dem Laufenden. Was diese Woche noch rauskommen wird. Was ich gezockt habe und was nicht alles. Wenn ihr Bock habt, bleibt auf jeden Fall dabei. Abonniert meinen Kanal. Und es wird eine Menge, Menge mehr kommen. Wir steigen 2017 wieder voll ein. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Das sollte wirklich genial werden. Und ich freue mich auf jedes, jedes Spiel. Das wird es auch erstmal gewesen sein. Aber eine Sache möchte ich noch sagen eben schnell. Diese ganze HDR-Sache, wo ich gerade noch drüber gesprochen habe. Finde ich ist ein bisschen komisch. Denn die bringen eine übertaktete Playstation aus. Die PS4 Pro. Und dann verkaufen die das so als von wegen, ja kauft doch die HDR-Fernseher. Und ihr habt dann bessere Bildqualität. Wobei eigentlich fast jeder wissen sollte, dass die Playstation 4 nicht wirklich dafür geeignet ist. 4K bei 60 FPS, beziehungsweise 4K generell abspielen zu können. In diesem, wie soll ich sagen, in diesem großen Scale, was die Spiele halt anbieten. Die Indie-Games, die kleinen Spiele, das ist definitiv möglich. Aber bei den großen Spielen ist das wirklich ein bisschen geflunkert, würde ich sagen. Also man kriegt ein 4K-Signal, das ist aber meistens abgescaled. Das ist nicht das echte 4K. Wenn ich falsch liege, belehrt mich eines Besseren natürlich immer wieder gerne. Äh, aber das ist wirklich schon, fand ich so ein bisschen dämlich. Das wollte ich einfach mal loswerden. Denn bisher kriegt man wirklich ein 4K-Erlebnis, wirklich nativ, nur auf dem PC. Also, hä, naja. Muss jeder für sich wissen auf jeden Fall. Und da natürlich selbst entscheiden. Okay, das war die Wochenvorschau für diese Woche, Leute. Nächste Woche kommt natürlich eine neue. Ihr seid jetzt bestens auf dem Laufenden. Was die nächste Zeit so rauskommen wird, was ich bisher gezockt habe, sollte auf jeden Fall genial werden. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wie gesagt, abonniert den Kanal, gebt dem Video ein Like, teilt das mit allen euren Freunden, checkt meine Instagram, Facebook, Twitter-Profile. Ich bin überall und auch wieder nicht und doch da. Also unbedingt mal vorbeischauen. Hier wird es auf jeden Fall richtig genial werden. 2017 wird, wie gesagt, ein richtig tolles Jahr. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Bye, bye. Bye. sagen wir하다. Musik